ja einmal zeigen wir den fütter ich direkt so viele sachen irgendwann haben geschmack wie viel sich ja ja du den boden ich kann auch irgendwie weil ich schurken haben und dort wenn man mit diesem moment kommen wir irgendwie wo die feinde denken wir sind out number dann sagen wir nein ihr seid auch nahm mal eine beschwerbung mit 20 sachen auf hier war irgendwie ein boss den ich gerade erlebe ich habe ja niemand war für die quest hier für die nicht es war eine fall wir haben uns als köder benutzt wurde ich jetzt aus du hast dich gut geschlagen der traumfänger primalist adfakt er liegt wo ist sich das aus hört diener die gesundheit okay ich habe gesagt die deutsche sinko die deutsche übersetzung ist nicht so gut wir wissen nicht so gut wie man deutsch spricht hier steht acht prozent erhöht diener die gesundheit okay welt von diener die gesundheit aber dazu machen warum habe ich eine ladung eu west neiner wollte nach am schaden pro punkt okay irgendwie kann man keine später irgendwie tauschen hat mir geben oder was da hat sich geflogen der stärkere wollte doch ich bekomme so viel später er hat ja war schon wieder welche bekommen einstimmungen ausweichwertung erhöhte bewegungs tempo ich bekomme mehr als genug sachen also muss ja noch keine sorgen machen aber noch nicht aber jetzt noch wichtig aber damit schauen wir auch noch nicht bisher probleme zu haben ich meine du hast jetzt noch ein golem bekommen ja gewandte lea stiefel der erneuerung in gold intelligenz wo er überzeugte damit auch eine armee auch nein niemand wird mehr gefährden haben als wir seine truhe truhe er ist natur gewesen du glaubt das zeug für dich jetzt die truhe die truhe schlechter groß kämpfen ja weil sie habe ich schon offen ist bei tötung und ich irgendwie haben ja noch gar kein problem hier in dem spiel ich möchte auf fokussiert muss aber ich habe auch nur mal auch für vier stück soja nasen kommt her wer macht denn so oft sei so was auf seinen charakter wtf super easy dann teleport punkt aber aber ich kann mich selber heilen ich kann mich selber heilen ok krypto manden messing center des steins ich freue mich auf an stuhr nein sonic der hedgehog das hat ja eine super tour renegade stash okay sind wir sagen kreuz erfolge stufe 15 watt und kriegten schon mal dafür stoffen 15 bärenartiger eisennelm der schildkröte dina lp her damit weniger rüstung ich habe auch hier bei stufe 15 krypto manden bastard schwertes stein zu haben kriegt die ganze krypto manden sachen er tut dann freiwillig sowas tragen so hofft kommen mehr lp ich bin dort oder wird es entfernt l zu maler ich habe bekommen wo ich nichts gemacht habe du hast mich zum level gemacht einführung in das passive system warum sagt er mir jetzt nicht die passive funktion schon zehn dinge da reingeballert die zauber schaden nach am schaden da kann wir als gesundheit geraubt weit den anlag am schaden war sein da kam schaden aber müssen wir auch hier machen nur wie gesagt anfangs haben wenn du dich auf sie schwitze sie essen wie viele fertigkeitspunkte bei stufe der fertigkeit zurücksetzt du kannst deine fertigkeit zurücksetzen wenn du ihn fertig kommen sind wenn die stufe ansteigt sich die regel in einem minimalfertigkeitsstufe okay dort sind es beschweren kostet weniger mal okay dort und treffer meine chance gegner zu vergiften eine chance bei jedem ausschuss doppelt zu viel dorn freizusetzen irgendwie habe ich nicht so ein end dinge mehr für meine meine totems irgendwie ich habe zwar nicht genug mal haben so viel zu beschweren euch mal 1 2 3 4 5 ja nicht genug mal nach für fünf stück nein ich kann mehr zeugs beschweren hat sich dafür mal ich muss sie seine dinge holen wo ich mehr mal bekommen da müssen wir hin das ist ein neues gebiet hier wo wir springen mal kurz über den teich ohne das zerschmetterns hermit ich hatte so wie ich darüber springe nach einer konnte ich nicht hoch springen soll ich mich bei mir hat ja was hat ja weisen geweih ödina physisch schaden na soll ich ins nächste gebiet schon mal reingehen da oben eingabe von das osbriggs kriegler das ist auch nicht deutsch korrekt eingabe das uns da eingaben jetzt schon wieder ein teleport punkt kann erst mal die quest abgeben bekommen haben mal schon mit einem marsch und der kälte schon mal die zeit verursacht wird den boden gerade vollen charakter sturm creme natürlich haben sturm creme beschwören schlangen schlag erfordert ein sperren neu da oben rechts bin ich hingegangen ich schwöre dein tod und dass alle verbündete in der nähe in raserei versetzt da drücke arm deinen dienen einen angriff zu geben da steht sogar ok zehn als diener und begleiter anscheinend ich zähle mich mal ich zähle mich mal zu dir dann geholt habe ich schon hier und dann der rente auf der stelle gerade sind der rente auf der stelle ja ich sehe da sind viele gegner dank wo oh nein was ist meine flocken später die können machen mehr schaden aber die können auch meine eigenen die nachfälle nein die löw für der hasse kann ich ja nicht hier anpacken ich habe zwei regeln ich wollte dann sagen ich habe zwei ringe ertragen wo meine damit wer ist jetzt dran weiß anfang gerade polen so ist mein wolf fress ja so ist das gut fress macht die fälle ich muss gar nichts machen ich setze ja noch ein tod im daheim ja noch ein tod am und noch ein toten ich mache mir wenn 66 prozent tränke es werden ja macht sie fertig macht sie alle fälle weg schon fast okay wenn ich irgendwie weit wenn ich hier mit kämpfe getränkt ist gerade um der blut kann ich nicht direkt ausrüsten nein dann wenn ich einfach so machen wo ist das hier das ist ein bisschen mehr verarbeiten bei mir genau ja muss ich mir das ist muss jetzt ja jede sekunde im menu und macht irgendwas was du machst ich habe meine befestigungsanlagen angebracht das war eine glühende hoffnung oder schon mitkämpfen gerne ich mache die ganzen busse allein ich bin ja die menü ich bin ja die menü ich war ganz voll ich war ganz voll muss aber machen wir ich war voll wohnen eben irgendwo in dem habe ich noch bis 15 hoch haben wir das auswisten kann sagen wir schon mal besser gefunden damit damit weg damit da bist du ja dann für bällchen aber ich glaube die ist besser ja würde ich noch kein plätze dafür damit ja damit da habe ich mehr morgen wenn ich jetzt fünf meiner dinge hier platzieren nenne der orient war supplies kein platz kein platz das ist schlecht geht mir das weg damit wenn ich den stufe 19 dann gehen wir in stufe 19 sachen da sage ich mit machen ja wo bist du da oben bist du ich will auch deinen gut und ja ich es leise ich auch noch das kostet wie weit ich verspringe so unser ja ich will auch da sind sie da oder da soviel der d20 ich wollte die ganze tote und heilung und heilung und heilung eingabe von der gibt es wird immer noch so eine tomate treten ja ja ich war ich bin jetzt noch keine button ich springe aber darüber einen monat draußen meine geschütze stehen wir nicht wieder blieben von completion of the current encounter ich glaube muss hat ohne mich machen er hat nämlich gewollt hatte ja ich sehe hat jetzt kommen nach oben ich sehe nicht ich glaube ich habe dabei aber der dann ist mal der erste der meinte man weiß damit so schnell weg ich stand mitten in dem feuer jetzt meine rüstung kaputt ich konnte mir nur noch sport nachdem nur nach der immer kampf zu ende war jetzt mal ein bisschen da war der dann schon wieder ein bisschen zu kochen er hat sich wieder gedacht er hat das ist voll chill er braucht ja nicht wütend rumstechen du weißt dass ich das habe jetzt habe ich deine gefühle meine knie ja mein knie oder meine knie ich habe auch meine knie ich bin da war der Künstler der Brot hat natürlich keine Rettung für die mit dem hochgestochen so wird der neue Brot der Welt ist ab und so wird die Wutmose sechs Jahre aus das Wort da wäre ich würde ich habe die Tourismus nur eine Kiebe mit mir schulden die Bakke Lina sind Nein. Nein. Es gibt keine Zeit. Die Alternative wäre eine mit Lina, während der Augen der Ausprix. Jetzt habe ich ein neues Kurs zu machen. Das heißt, wir kommen zurück zu kommen. Ich muss Lina treffen. Ich muss mich darauf achten, dass ich eine Anwendung für Emberwink gefunden habe. Ich muss doch jetzt sagen, ich muss meinen. Die Region ist jetzt auf West. Der Auto ist now def. Die lassen immer einen selten Gegenstand fallen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich nehme an, ich werde keine Schilder benutzen. Verkaufen, verkaufen. Lass mich jetzt bei den ganzen Spitter wegpacken. Die werden wahrscheinlich wichtig sein. Mal in Stufe 19 und 15 Sachen einlagern. Ja. Es geht schon um Rett. Es gibt immer Orte, der MT4 zu SLW. Ich habe einen Schild der Welt. Und jetzt geht's mal wieder. Ich habe gerade noch eine Zeit. Da habe ich sie vorgenommen. was soll es mit dem ganzen zeug so wir haben dann nicht das ich habe zu danken ich bedauere dein verlust so gold allein diesmal war kein passivpunkt bekommen nur abzocke impossible manchmal ich habe da jetzt noch ich habe meinen ein gegenstand im schmied da habe ich ja irgendwas haustier slot war gegensteine für diesen slot kaufen dieser komische fisch den der eine typ hatte warum habe ich nur drei tränke zwei tränke weil ich machen mein gott hier ich wollte meine sachen die man in der schmierpack dinge so zwischen gelagert werden weil sie im platz ausgeht kannst du irgendwie noch ein gegenstand da reinpacken so ich habe keinen platz ich wollte kurzer ja nicht so weit nicht so nach mein gott doch wie wenn mein schokobretel schon verdrückt wie soll ich habe ich aber nichts anderes gegessen das gleicht sich also aus wir müssen den alkoholiker der entschuldigung machen ich habe nur die eine flasche du klingst fast traurig ich habe mir schon weiter ich habe mir schon weiter eingabe von die verfallenen ruhen sind wir jetzt in einer anderen epoche ausgezeichnet kapitel 2 die ruinierte zukunft ja wo sind wir das scheint einer der später der epoche zu sein die bald hast hatte sie sonst wäre nur nur solange wir hier wie du nehmen jetzt ist das diablo wir sind im zeitalter des ruins in barale wir sind in zukunft glaube ich wir sind im 1290 ag das sind ja die fortkunft was nimmt das ein zerreißendes bastard schwertes grau pils ok das schmutz ich will auch mein hund hat gelevelt ich glaube du wirst kann ich bin immer da wo ist stelle ich nicht so nur weiter von jetzt dürfen hier sein weil ich kein aber bin und was von kultisten geht es mir besser noch ganz richtig im kopf nehmen wir mal das ding stufe ich habe meine stelle auf die ganze andere seite die haben da alles geführt ja ich sehe ich muss gar nicht machen ja 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 ich stufe ich lebele auf obwohl ich bin wissen dass dann hier auch oder hat der völkern stufe passt sich schon ein ich plötzlich ja ja ich habe eine präsenz haben ja das ist dann hier los nicht nur weg wie denn also gut gemacht ich sofort zum rat kann man auf da mal los der gott des ostens herr der berge seinem flammer kam brennt mit dem licht der sonne jetzt schaffe es so vor kleiner ist das gesporen leute wo ich durch der richter beziehungsweise das wie ich auf der wahl einsetzen da wir uns einsetzen dass wir erfahrungspunkte dafür ich musste ein rad kam an ich wollte take a seat ein minder gefangen ist also ich finde versucht sie mitzubringen erfahrungsmutter und geld da kommt so ja wirklich wo denn ich verstehe nicht ganz den platt von diesem bambi horrorfilm ist das jetzt bambi der zum zombie geworden ist oder die mutter ja keine ahnung ich glaube das ist bambi weil ein weiblicher ein weiblicher wenn man hier sehen maximal begleitert zwei maximal anzeige ich gehe am strand und ich gehe am strand und ich gehe am strand und dann der typ ist dann der wird sein fleisch schlagen ja 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 geschickt ich habe hier wenn die neben feste oder so einen genommen ich habe mir so einen typen der boden nicht geredet warum ist er noch hier schwer ein ja zu drücken muss eine quest angenommen jetzt maximal anzertränkt bei der ich will auch den riesigen worum sehen da sind schon wie zwar und wenn wir die nun sagen wir das haben wir im alten gebiet weniger verkaufen da war getrennt ich bin noch in den eigenen gebiet weiter gegangen ja irgendwie hat am skillen was ich noch nicht wo du bist jetzt hier da war ich mich zu der hinterlaboriert ich bin nur in den eigenen gebieten umgegangen ja ich habe das gebiet gewechselt vorhin das gebiet einmal gewechselt bisher waren wir waren gerade vor den tor und ich bin in die tor ja ich war die ganze zeit erwarten nicht wir sind wohl das wird schon wieder ein entweder mini muss ja mal sehen und hier soll mal retten das hat aber gar nicht ja war doch gerade wird schon viel weiter gegangen als ich ich habe die ganze zeit gewartet wirst du kommen ich kann nicht ja wo sich noch nicht Was ist das denn? Ich habe den Gegenstand, der leuchtet. Der ist anscheinend legendär, der hat die selbe potenzial aus ein schlachten eisen haben in der stille Und jetzt stille, da sind wir beide gesprungen, dann sind wir weiter nahe vorbei, gesprungen. Leeren Verzweiflung des Ochsen, nein, der Ochsen stand. So, hier ist die Quest irgendwie. Schnell weg. Ich bin weggegangen. Ich bin nach unten rechts gegangen. Spaltgroßschwert oder zu kohle aus dem Schwert, ist aber weiß. Das ist eine Quest abgegeben. So ein alter Mann, mit dem ich reden konnte. Ja, mit dem konnte ich reden, mit dem alten Mann. Ja, ja, mit dem habe ich schon geredet. Ja, ja, mit dem habe ich schon geredet. Ja, ja, ja. Von der Meme gibt es auch irgendwie eine Sephiroth Version. Und ich muss man schon einfach nur die Haare von Sephiroth hatte. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. der mann die wendung war wichtig sein so schön sammeln nehme ich an ich hätte gern dieses kampfschwert sie ist nämlich sehr froh aus feuer schaden ich habe kein feuer schaden ich habe nur blitze also mit feuer schaden machen ich habe 90 mal strom muss das das ist mir nie mehr zu heiß und herr leute ich bin überkühlt die gegner untereinander kämpfen von den kloppen sich gegenseitig die denken sich wahrscheinlich auch bevor die uns kriegen selbst ich bin mir selber ich bin mir selber ich bin mir selber warte ich komme hier furchtbar ich überlebe ich diesmal hier verschwindet von hier was schwindet habe ich gesagt du sollst mal schwingen kollega ich kann Ich kann nur durch die Durchlaufen, mein Golem kann nicht... Der Hund tut die auch durch die Gegend. Der Gast denkt alle aus, ey. Wann macht der da für Zuckungen? Ich glaube der muss eingeschliffert werden. Woher hat der denn jetzt nicht alles? Ja ich mag das. Ach so. Ne, doch Steuern. Ich auch. Ich weiß nicht warum der Typ nicht evakuiert. Er soll ja wegrennen. Bei mir ist er weggegangen. Ich glaube Barrett mag die schwarze Kutten, weil die die Farbe von den Kutten machen. Boah. Springe ich aber weg. Ich bin hier doch gestiegen. Ich habe recht gemacht. Ich habe schon einmal gesehen, aber ich will noch mehr. Ich weiß nicht warum nicht evakuiert. Ich habe schon nach dem her. Aber kann ich da unterspringen? Nein. Ich stelle meine Golemskinder auch nicht. Stoffe 13. Boom. Dunkle Spitze. Besucherte Spitzhacke. Besucherte Spitzhacke. Besucherte Spitzhacke. Besucherte Spitzhacke. Was. Mh. Ok. Aber. Es gibt einmal 3. Obd. Wartemberbert. Du? terror sculpt. Das ist jetzt ein blitzkonter. irgendwie hier haben wir los ich habe ich habe einen wolfer eine steckdose angeschlossen sehr elektrisierend oder ist irgendwann am leuchten bei mir schild ich glaube der schild war der monoläne stein feuer 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 stein 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 einfach so ein felgen gelacht keine schilder spitz okay der daniel mag es wie in den alten seiten kein medal der mag nur walk ich bin mir ziemlich sicher dass wir gegen diesen boom kämpfen müssen denn sonst sind das unnötliche unnötige jams oder so ich achte überhaupt nicht auf meine lebensenergie ne ich hau nicht ja der Ich habe mir die LB, dass ich so nervig bin, wie ein Diablo ist. Nein, Gott, ich will nicht rausgehen, dass ich mir die LB bin. Das ist ein LB, das ist ein LB, das ist ein LB. Okay, da müssen wir aus. G themselves? Geragte Lassen. Der Typ. Der Typ. So, irgendwie müssen wir ja noch weiterlegen. Wir finden die Wache��. finde die wache weg war und die anderen gefangenen wachen sicherlich wollte schon wieder ausgeben assassin wo schwert naja die satt gelbe sind auch christ ja genau genau so flach wie in dem alten spiel seien waren sie aber nicht ja da voll die spitze brüste in der grafik später da kann der typ jetzt mal abhauen wir haben ja noch nichts gemacht nicht mit mir aber okay okay er sagt uns die wir sollen zur rad kann man gehen hier steht doch mit dem habe ich geredet ja dann steht finde wache weg und die anderen gefangenen machen er sagt mir und er sagt mir ja ich soll zur ratskammer gehen da kannst du auch nicht erleben wir sind noch nicht in die ratskammer gewesen hier steht schon die ganze zeit in den aufzug in die ratskammer in der gelben quest ja wenn man da steht nur der berichte offizie loran ja ganz kann man von der erfolgreichen evakuierung okay irgendwie so oder so muss ich die ratskammer anscheinend bei beiden quest ja ich nicht wenn wir gleich nach oben schauen bin high 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 Vielen Dank.